Yo Leute, was geht ab? Meberson ist back am Start mit einem neuen Video für euch und heute zeige ich euch einmal den neuen Outbreak Halloween Modus, der ist wirklich extrem nice. Das Gameplay, was ihr jetzt seht, ist aus dem Stream und es war auch ein richtig, richtig geiler Stream. Wir bewegen uns gerade so oft in Richtung Partner auf Twitch, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Und jetzt, Leute, viel Spaß mit dem Gameplay. Da ist er, wir kriegen den Halloween Ausbruch Modus. Ich würde sagen, den machen wir auch direkt. Sollen wir direkt rein? Komm, wir gehen direkt rein in den neuen Modus. Halloween Ausbruch, Halloween Ausbruch, let's go. Warte mal, wir können hier sogar die Map auswählen, natürlich nehmen wir Collateral anstatt Zoo. So, wir gehen rein mit der FFR am besten. Wie lang geht es? Ich glaube, bis zum 2. November ist das Event. So, was passiert jetzt? Überlebe den Einsturz, 10 Minuten. Hier sind drei Anomalien, brennt das Rohr da schon immer? Ich weiß nur so ein bisschen, was hier abgeht, aber es scheint was ganz Neues zu sein. Anomalie, komm, wir gehen da mal hin zur Anna-Marie. Was gibt's hier Feines? Ausrüsten und raus. Ja, wow, super, danke. Signalstation geht... Waaah, Alter, da kommt ein Kürbishund auf mich zu. Juch, Alter. Ja, aber, warte mal, ich kann mich doch nicht ausrüsten. Ich hab doch keine Knete, Mann. Warte mal, ich hab doch keine... Also, ich hab jetzt 2 Minuten Zeit, mir hier was zu holen. Weil das geht gleich weg hier, ne? 1 Minute 30 steht da noch. Ey, das ist ja sowas von gut zum Waffenleveln, Leute. Müssen wir jetzt einfach hier überleben, oder was? Geht das immer noch? Steht da immer noch? 50 Sekunden hab ich hier noch Zeit. 50 Sekunden hab ich Zeit. Ich brauch... Ich will Juggernaut haben. Was? Oh, ich will erst punchen. Was hab ich jetzt hier... Ach so, das ist die erste... Dings, die wir haben. Ey, wie soll ich denn hier noch an Geld kommen? Mein Gott, was ist hier? Ein Kürbis! Geil! Oha! Was passiert jetzt? Die Welt wird härter! Jetzt haben wir... Jetzt haben wir die schon gepuncht. Warte mal, wir können uns hier... Alter! Was ist das hier für ein Modus? 12 Sekunden, komm! Wo sind die Zombies? Ich glaub... Das geht jetzt in die Luft. Warte. Oh, weg hier, weg hier. Das geht hier in die Luft, Alter. Ich will ja nicht sein, wenn das hier in die Luft geht. Okay, okay. Man stirbt dadurch nicht. Okay, wir haben jetzt eine gepunchte Waffe. Oh mein Gott, WTF geht hier ab. So, man hat hier drei Minuten... Ich glaube, der Modus ist so, man muss hier insgesamt 10 Minuten überleben. Und am Ende kommt so eine Bosswelle. Und ich glaube, hier kommt auch ein Order. Hier kommt auch ein Order. Und hier muss man dann einfach überleben. Man muss halt Glück haben, dass man diese... Diese Kürbispakete bekommt. Ich weiß halt nicht, wie man die bekommt. Ich glaub, mit ein bisschen Glück, wenn man... Wenn man in die Köpfe der Zombies schießt. Man muss hier immer in die Kürbisköpfe. Wie witzig ist das? Schon Stufe 3. Hab ich jetzt nochmal Knete bekommen? Ja, Mann. So, was brauchen wir? Ich will Deadshot und... Okay, man kriegt nach einer Zeit auch immer... Punkte. Alter, das... Oh, ich hätte auf grün upgraden müssen, die Waffe. Das ist jetzt Moch. Okay, das ist einfach so ein... Outbreak-Speedrun-Modus in etwa. Ich bin gespannt, wie viel die XP der gibt. Oha, die Zombies halten schon viel mehr aus. Ich glaub, hier kann ich mich nicht mehr lange ausrüsten. Ich hätte die Waffe echt auf grün upgraden sollen. Oh mein Gott. Alter, und hier soll ja noch ein Order kommen. Guck mal, wie die Zombies schon angesprintet kommen. Oh mein... Gott, Alter. Vielleicht sollte ich mit dem Feuerring spielen. Ich glaub, ich wechsle zum Feuerring. So, Freunde, wir brauchen... Ich brauch Schrott, Alter. Die Frage... Hier, hier muss man... Hier muss man clever agieren. Weil eine rote FFR ist nicht so gut. Guck mal, wie viel... Wie wenig Schaden die jetzt ab jetzt schon macht. Die Frage ist, wo kriegt man... Kriegt man an den Wandwaffen? Kriegt man vielleicht hier schon bessere Wandwaffen? Ich glaub, die Anomalie da hinten ist schon gleich Rille. Wir gehen mal weiter zu der nächsten Anomalie. Und in vier Minuten müssen wir dann reinziehen, Alter. Oh, warte. Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Ich hab Schrott bekommen. Ganz wichtig. Wir können jetzt die Waffe auf... Können die Waffe auf... Grün bringen. Uns fehlt einfach der... Ich hab den Schrott schlecht ausgegeben. Komm, grün. Mir fehlen noch 500 Schrott, Alter. Wie komm ich denn jetzt an den Schrott? Und ich kann Pack 2 machen. Pack 2. Plus wir können noch Hirnfeuernis machen. Ich glaub, das wird auch noch wichtig. Wir haben Feuerring dabei. Alter, das ist... Ordentlich hier. Was ist da unten los, Alter, für eine Veranstaltung? Bin echt gespannt, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Ich glaub, da muss man ein Order legen, Alter. Ich brauch... Schrott. Wo krieg ich Schrott her? Können Sie mir sagen, wo ich Schrott herbekomme, Mängler? Ich will noch mal so eine Box haben, die ich eben gedroppt bekommen habe. Die hat gut Blut gebracht. Die ist einfach nur grün. Ey, war der Mimik... Der Mimisch hatte gerade einen Kürbis auf dem Kopf. WTF? Ey, das ist schon... Also, da geht hier richtig... Hier geht's richtig ab in den Modus. Aber was passiert in den... In zwei Minuten? Ich glaub, ich kann mich auch gar nicht mehr upgraden. Ich hoffe, ich bin gut genug aufgegradet. Ich hab jetzt... Oh, Junge. Kann ich jetzt noch was upgraden? Die Signalstation. Ist da noch eine? Komm. Die ist doch noch frisch. Die ist doch noch frisch hier. Komm. Ich muss jetzt hier noch... Nein! 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 Warum? Nein! Ja, wow. Guck mal, ich hab so Raketen viel Schrott. Gibt's hier vielleicht... Hier gibt's doch auch so einen Rüstungs-Johnny, oder? Gibt's ihn nicht hier auf der... Ey! Digga, kann das... Alle haben hier so einen... Warte mal, hier ist ein Tisch? Wo war... Wo ist auf der Map... Rüstungsautomat? Ich glaube, der ist da hinten links irgendwo. Der ist doch da irgendwo. Hier. Hier. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Eine Minute Zeit. Okay. Man kann noch an andere. Wir haben jetzt so viel... Komm. Äh... Verdammt, Axt. Verdammt, verdammt, verdammt. Lassen wir mal die Zombies hier gerade kurz killen. Eine Minute haben wir noch Zeit. Oh, das gefällt mir gar nicht. Wir kaufen uns hier Rüstungsstufe 3. Ah, warte, wir können... Komm. Jawoll. Jetzt bin ich in Ruhe hier. Oh, das ist kritisch hier. Ja, und was muss ich jetzt machen? 40 Sekunden? So. Perks, Perks. Ist hier nicht noch ein Perkautomat irgendwo? So. Das ist ein Omega-Helikopter. Gebt der Sache nach. Wir müssen jetzt zum Helikopter. Wo ist der? Ja, jetzt ist einfach schon Runde 6. Also die Schwierigkeit. Wir müssen da hinten hin. Exfil. Das war's für heute. Schnell zum Eingangspunkt. Let's go. Ja, passend. Passend. Jetzt nochmal die Musik anmachen. Ja, jetzt fühle ich es richtig hier. Tony ist am Start. Was? Ey, guck mal diesen Mimisch an. Wo ist der Order? Wo ist der Order? Ich dachte, hier wäre ein Order am Start. Oh, hier ist ein... Oh. Was ist das? T.O.T. Elektro-Bolzen sogar? Oha. Maschallah. Für den Tony, ey. Oha. Wie geil ist das denn? Noch eins. Noch eine T.O.T. Und einfach ein goldener Kelch. Für den Tony. Oh, wir haben nur noch... Komm, 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 komm. Alter, was hier für Loot rumliegt. Oha, was hier alles für Loot ist. Alter, wie geil war das denn gerade? Oha. Das ist denn hier ultra Bock gemacht. Ey, 10 Minuten dauerlang Action. Dauerlang vor allem. 10 Minuten Action. Let's go. Guter Loot tut gut. Okay, wir haben es direkt geschafft, Freunde. Es war schon, äh... Ja, man muss sich schnell ausrüsten. Es ist schon... Ich glaube, das kann... Das kann für viele Leute echt schwierig werden. Also, ich muss da auch gerade schwitzen hier. Das geht nicht mehr. Du kurz... Es soll ja ein kurzer Modus sein. Es soll ja ein kurzer... Jetzt ist aber die Frage, wie viel XP gibt der Modi? Wir haben jetzt ein Level gemacht. So, schreibt nochmal. Die Kelche... Ja, die Kelche kenn ich. Die kenn ich doch. Weiter, so. Spukt. Wir haben... In 10 Minuten... 17.000 XP gemacht. Sehr, sehr geil. Also, das ist so... Das ist zwar ein kurzer Modi, aber der ist richtig intensiv. Der hat alles einfach mit drin. Das ist so... Das sind 4-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-4-4-4-4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-5-5-5-6-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6. Untertitelung des ZDF, 2020